Wo ist der? Oh mein Gott, sag doch, dass der hier unten ist, Mann. Alter Stein! Bau dich hier runter, Stein! Bau dich hier runter! Nicht unten in die Zwiebelerage reinlaufen! Nicht reinlaufen, da ist ne... Ist es klar! Ich weiß nicht. Wie, da ist noch einer! Boah! Dein Ernst? Was ist denn mit dem? Hinter dir, hinter dir. Mach mal wieder aufrecht, du duckst dich gerade. Links, links, links. Hey, wollt ihr sterben? Ne, das sind Playstation-Spieler, die sind manchmal einfach so. Ach jetzt echt? Ja, ja! Machen wir die Falle weg. Ja. Ist weg, der kommt jetzt von. Ist down. Ja, moin, Alter! Boah! Ja, hab er knocked. Da ist noch einer! Ja, die kommen zu mir, Alter. Alter, die sind alle down, die sind alle low, low. Trifft ihr euch! Hä? Oh mein Gott! Ja, Digga! Der ist genau hinter dem Haus. Zwei Leute pushen euch. Zwei Leute pushen euch. Hä? Was? Warum geht der nicht down? Der ist genau hinter dem Haus. Zwei Leute pushen euch. Zwei Leute pushen euch. Oh, hier landen viele bei dem Haus, hey. Ja, moin. Ist hier keine Waffe? Ist hier keine Waffe? Ich hab einen down. Ich push jetzt. Ja, nein. Komm, was bringt's? Beide down. Wir landen jetzt einer. Oben rauf. Ich hab einen down. Oh mein Gott. Mit der Falle. Auch down. LOL. Der Trottel, Alter. Alter, nee. Oh mein Gott. Du hast einfach 50 Gehs. Diese Falle, diese Falle, Bro. Du hast einfach 50 Gehs. Ja, ja. Einer hat Headshot bekommen außerhalb. Hello, Motherfuck. Loin, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Der finish. Er kriegt. Alter, Mann. Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Er ist low, er ist low, er ist low. Einer ist drin. Ja, moin, Alter. Der andere hat mich finish. Der hat mich finish. Ich gucke euch auf jeden Fall nicht bis zum Ende zu. Ich würde sagen, wir hängen einfach noch hinten. Hintenrunde dran. Hintenrunde. Tschüss, bis gleich. Ja, wollt ihr euch nicht umbringen einfach? Damit wir, also. Noch einer links. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Hey, was macht der, Alter? Was? Wie geht ihr? Ja, moin. Ah, so weh. Wo ist denn der? Der ist unten. Irgendwo unten. Da. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, der stand doch, das war doch ein Headshot. Die Pump ist richtig schwierig. Soll ich dir eine gute Runde spielen? Ich will dir eine gute Runde kommen. Ein paar Sekunden später. Haben wir geschossen? Oder war es die Tür? Ja, hier links, links. Ja, die Schrotflinte ist auch echt schwer zu spielen. Mann, ey, das sind auch Runden. Krass, krass, krass. Boah, saugeil mit den Legs gemacht. Ja, das funktioniert auch. Hast du über den Schatten gerade gesehen, ne? Ja, ja. Holst du dir zuerst. Die Pump ist richtig schwierig. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hier ist, glaube ich, keiner mehr. Ich glaube, die sind alle tot. Das leben wir auch nur noch 40. Oh, da. Ach, Gott, Freddy. Ach, Gott, nee. Schaut auf jeden Fall mal mit dem Freddy vorbei. Da könnte ich mal angucken, wie man richtig Konsole spielt. Wo war die Scheißkalle? Ja, lol. Oh, Gott. Das wird stressig. Das wird stressig, Alter. Ja, moin. Ach, Mann. Verf***te Scheiße, Alter. Wie viel hatte der noch, der Huss-Sohn? Ein HP. Ein HP. Oh, mein Gott. Links bei 195 sind Leute. Die werden zur Bruchbude gehen. Die werden zur Bruchbude gehen, wahrscheinlich. Okay, einer, genau. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ich warte jetzt einfach drauf, bis er den Headshot bekommt. Ich freue mich so sehr da drauf, Alter. Nee. War nicht mal ein Hit. Ja, da geht's los. Es geht los. Oha, alles klar, alles klar, Digga. Mann, jetzt trifft doch mal. Mann, es geht so vorbei, Junge. Es hört einfach auf. Ist das unangenehm, Alter. Sprich jetzt da runter und bring dich um, Junge. Da ist niemand. Da ist niemand. Ja. Aua. Einer bei mir, einer bei mir. Warte, Boost. Den holst du. Let's go. Oh, mein Gott. Ich hab dich gesaved. Nein. Du hast reingestealt. Oh, mein Gott, Hauptner. Der größte ehrenlose Move, den ich jeweils in meiner ganzen YouTube-Karriere gesehen habe, war... Hauptner. Das war so gottäm ehrenlos. Er bounced sich mit der Granate weg, damit er sich den Kill geiern kann. Und er war so low. Hauptner. Das ist unverschämt. Es war... Oh, mein Gott. Damit er zweistellig spielt, wisst ihr? Das ist so unverschämt. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Leute. Oh, mein Gott. Das war ein nächster Play von mir. Toller Play war das Hauptner. Super. Einer von denen ist down. Ja, ja. Ja, ich hab beide. Sehr gut. Sehr gut, Felix. Oh, mein Gott. Ich bin jetzt nehmt von... Oben am Baum. Oben am Baum. Felix. Oben am Baum. Ja, es ist. Oben am Baum. Nicht auf ein Feld gehen. Nein. Ach, das sind diese zwei F***er von hinten, Alter. Jens F***er. Die zwei F***er haben uns gekäbt. Machen wir direkt eine neue Runde. F***er sind es gewesen, Mann. Scheiß F***er. Das war die sogenannte Einführungsrunde, die ich gerne gebe. Und jetzt kann man eigentlich hingehen und zusammen quasi das komplette Game rocken. So, jetzt müssen wir hier vorne rechts ein bisschen vorsichtig sein bei Depot. Ja, toll. Vor ein Spieler, vor ein Spieler. Zwei Stück. Warum schießt du direkt? Ich dachte, man macht das so in dem Spiel. Der hat einen Sniper, der hat einen Sniper. Au! Ja, alles gut. Komm, 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 komm. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Ich bin am Boden. Ich bin... Du hast... Warte doch. Was? Bist du jetzt gestorben? Ich war schon lange am Boden, das habe ich auch gesagt. Und du hast eine Wand vor. Ich kriege es dir nach und du brauchst eine Wand vor. Es tut mir leid. So, Felix, wir kommen direkt über Tilted House. Wir springen über Shift die Chefs ab, fliegen dann hier hin, links zum Glockenturm, landen auf dem Glockenturm, holen uns die drei Kisten, gehen direkt ins Center rein und rasieren. Alles klar? Verstanden soweit? Sehr gut. Auf geht's, Felix. Drei, zwei, eins. Ach, Mann. Oh Gott, Felix, vor mir, vor mir, vor mir. Oh Gott, Felix, beeil dich, beeil dich, beeil dich, komm her, komm her, komm her. Felix, direkt vor mir, Team. Ein Typ mit... Da, an der Treppe, 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 an der Treppe. Ja, ich war... Felix, hol ihn dir, hol ihn dir. Er ist ultra low, er ist ultra low, er ist ultra low. Wo ist er, wo ist er? Oben, 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 der kommt runter. Felix, töte ihn. Felix! Felix! Ist das dein Kopf? Verdammter Ernst! Ah! Hier, endlich mal den Win, oder? Ich meine... Boah, ein Baum hat richtig gefressen. Oh fuck, ich werde von links getroffen. Boah, Revi, Vorsicht, ne? Ja, ich bin down, Alter, ich werde gefinished direkt. Im Treppenhaus, unter dir, ja. Natürlich, Alter. Da muss man pushen, ne? Was soll's. Leute, Gott! Revi, alles lass auf deinen Schultern. Easy win. Oh mein Gott, oh mein Gott, aus dem Haus oben raus, was? Was zum Teufel, Alter, ich bin jetzt schon gedownt, Alter. Du kleiner... Ah! Mein Alter, einfach, dann bist du ge... Oder was? Junge, Mann! Fack mich nicht ab! Hol dir oben diesen großen Trank, Alphastein, lass mich in Ruhe. Du Lannin. Ich komm nicht hoch. Ja, Junge, dann spring hoch und greif in dir dann, du Affe. Meine Fresse, ist der junge Hohl. Wo? Hast du ihn jetzt genommen, oder nicht? Ja, ich komm da nicht hin. Mann, du kannst doch da hochspringen, Alter. Wenn du hier hochspringst, kannst du ihn nehmen. Da, wenn du hier hochspringst. Digi, bitte, lass ihn. Und er ist weg. Ah, weg ist er. Schade. Okay, also. Das wird jetzt der Gottverdammten Win unseres Lebens. Lol, hab einen Noct, hab einen Noct. Ich bin Noct, ich bin Noct, ich bin Noct, ich bin Noct. Ja, Scheiß Call, Alter. Hier ist nichts an Loot, Mann. Das macht gar keinen Sinn. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video Fortnite. Wir haben's nicht geschafft, einen Win zu generieren. Danke, Alperstein, für diese nette Musik im Hintergrund. Deshalb werden wir uns jetzt einfach ein bisschen anstrengen und versuchen, das möglichst beste... Ähm... Okay, das wird der Win. Ja, ich fühle, ich fühle. Äh, das ist doch sch... Wir fahren mal eben ins Krankenhaus. Tschüss. Felix, guck mal, was ist, wenn ich jetzt einfach sein Haus abbaue? Das dauert ein bisschen, oder? Meinst du? Entweder werde ich meine Versuche jetzt sterben, Felix, oder ich werde glorifiziert. Jetzt einfach zwei Wände vor Schluss, bis zum Glitz. Nur noch das hier und die beiden in der Mitte. Nein! 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 Okay, lass uns hier hochbauen und dann mit dem Schrotflindel von oben pushen. Aber lass uns immer doppelt bauen. Doppelt bauen ist geil. Guck mal, ich mach hier dieses Ding. Mann, wieso baut ihr mich dazu, ihr Affen? Oh, Hilfe. Ey, ich weiß nicht, wer von euch mich gerade zugebaut hat. Das war der unnötigste Move seit langem. Das war ja, das hat Spaß gemacht. Danke, Stegi, danke, Mann. Korrekt von dir, aber Ehrenmann. Ehrenmann und sinnvoll einfach. Du bist süß. Danke. Auch. Ich auch. Danke. Ach, Mann, Alter. Ich hab meine Nummer verloren. Hat ich deine? Nein. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.